hey leute kurz video ich will euch zeigen ich habe endlich den 10.000 donated stand in please donate leute guckt genau hier hier donated 10.000 10.000 ja endlich hab ihn leute das habe ich nur wegen des kales ja 1000 was gab es 1000 was gab 1 und hier ist der andro dem schon aber ich habe den hier das ist eben der normale habe ich den hier für 1000 10.000 den krieg ich dann ab 100.000 den für eine million und die habe ich dann noch andere stände und ich habe jetzt mit pascalis den durchstand bekommen leider nicht im video aber ich habe den stand endlich bekommen endlich diesen stand das war es auch schon mit dem video ich hoffe es hat euch gefallen lassen den abo da wir sehen uns beim nächsten mal wieder bis dann und schau